Wissen zum Angeben. Gibt es Doppelgänger wirklich? Dass wir immer wieder die Gesichter von uns bekannten Personen und anderen erkennen, liegt an unserem Gehirn. Dieses nimmt Gesichter nämlich im Ganzen wahr und blendet kleine Unterschiede, wie zum Beispiel die Größe der Nase, einfach aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vier Gesichtsmerkmale aufweist, sodass wir ihn als Doppelgänger erkennen, liegt wohl bei 1 zu 10 Millionen. Übrigens, dieser Effekt vom Gehirn, Gesichter nur im Ganzen wahrzunehmen, ist wohl auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Europäer so schlecht Asiaten auseinanderhalten können. Like und folgt mir für mehr.